Der Film ist abgedreht und eins ist klar geworden. Der König der Tiere hat keine Feinde zu fürchten, außer eben andere Löwen. Schöne Bähne, schützt den Löwen-Nacken vor Bissen, aber nicht vor Bakterien. Ha, da sind ja meine World Reporter, denen geht's wohl auch nicht so gut. He, Roberto, seid ihr den Löwen auf der Spur? Nein, Marvie, wir sind in Afrika, aber total verloren im Dessert. Ich bin so fasziniert. Für die Nachtaufnahmen benutzen Paul und Max Ich bin so fasziniert.